Wir stehen hier vor dem Metropol in Zürich. Hier, wo am 11. September zum 10. Mal der Award Corporate Communication vergeben wird. Der nationale Preis für integrierte Kommunikationskonzepte. Ich selber moderiere dieses Event zum 4. Mal und freue mich besonders darauf, was sich die Organisatoren zum 10-jährigen Jubiläum einfallen lassen. Im Jubiläumsjahr haben wir etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Wir werden 9 Preisträger auf der Bühne haben, die kurz über ihr Projekt erzählen. Somit gibt es einen schönen Querschnitt über 10 Jahre integrierte Kommunikation mit Ein- und Ausblick in die Zukunft. Das klingt doch spannend. Auf was dürfen sich die Gewinner an diesem Moment freuen? Die Nominierten sind festgelegt und Preisempfänger werden den speziellen Pokal bekommen, der sogenannte Communicator, produziert und designt von dessiner Bildhauer Pedro Pedrazzini. Pedro wird übrigens an der Preisverleihung ebenfalls hier sein. Dann freuen wir uns auf ein spannendes und interessantes After-Work-Event. Genau. Und zwar hier am 11. September im Metropol im Herzen von Zürich. Ab dem Viertel vor 6 Uhr. Anmelden können Sie sich ab sofort auf www.avard-cc.com. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020